Dieser YouTuber hier hat Fortnite in Minecraft rausgebracht. Und da das von vielen YouTubern schon getestet wurde, wollte ich das Ganze auch mal ausprobieren. So, let's go. Okay, im Chat. Also, ja. Nein, ich komm in die Kiste nicht mehr dran. Okay, egal, dann geh ich woanders hin. Ja, da geh ich hin. Komm, ich guck mal hier. Guck mal hier. Okay, was ist hier? Was ist hier? Damit kann ich jetzt vielleicht nicht so viel anfangen für den Anfang. Weil in dem Haus hier könnte was sein. Ja, let's go. Oh, da ist jemand. Oh, ich hab Schaden gekriegt. Ja, es leckt, es... Nee, noch eine Runde. Das kann jetzt nicht sein. Okay, nächste Runde. Oh, hier ist schon was. Let's go. Okay, erster Kill. Okay, ich muss mich erst mal heilen. Dann nehmen wir das hier mal. GG. Oh, da läuft jemand. Weiter geht's. Was ist gerade passiert? Und hier ist, by the way, die IP vom Server.